Ich begrüße Sie herzlich zur Lektion 3, in der wir uns mit den Konzepten der Vulnerabilität und der Resilienz gegenüber Naturgefahren bzw. Naturrisiken beschäftigen. Dabei wird unter Vulnerabilität die Verwundbarkeit und unter Resilienz die Widerstandsfähigkeit eines Systems bzw. einer Gesellschaft verstanden. Mein Name ist Prof. Dr. Kerstin Krellenberg. Ich arbeite am Institut für Geografie und Regionalforschung der Universität Wien im Bereich der Stadtforschung. Ich beschäftige mich mit urbanen Nachhaltigkeitstransformationen und insbesondere mit der urbanen Vulnerabilität und den Herausforderungen und Chancen der Anpassung an die Folgen des Klimawandels bzw. Naturgefahr. Meine Forschung adressiert dabei insbesondere den globalen Umweltwandel, den digitalen Wandel und deren Auswirkungen auf sowie deren Herausforderungen und Chancen für die Stadtgesellschaft. Ich werde Sie gemeinsam mit Dr. Gunnar Stange durch diese Lektion führen, in der Sie auch Prof. Dr. Thomas Lade wieder treffen und weitere Forscher anderer Forschungsinstitutionen kennenlernen werden. Auch ich darf Sie herzlich zur Lektion 3 begrüßen. Mein Name ist Dr. Gunnar Stange und ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geografie und Regionalforschung der Universität Wien. In meiner Forschung und Lehre beschäftige ich mich unter anderem mit der Frage, wie sich Flucht und Vertreibung im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und bewaffneten Konflikten auf betroffene Bevölkerungsgruppen auswirken. Kommen wir nun zu den Inhalten dieser Lektion. Im ersten und zweiten Video dieser Lektion werden wir Ihnen einige Beispiele geben, wie die Begriffe Vulnerabilität und Resilienz konzeptionell gefasst werden und welcher Erklärungsmehrwert sich daraus insbesondere für die sozialwissenschaftliche Forschung des Katastrophenmanagements ergibt. Im dritten Video stellen Ihnen Prof. Krellenberg und Prof. Glade unterschiedliche Facetten von Vulnerabilität und Resilienz vor, die wir im vierten Video anhand konkreter Fallbeispiele näher erörtern werden. Im Rahmen des fünften Videos werden Frau Krellenberg und ich abschließend über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Fallbeispiele diskutieren und diese in unterschiedliche Praxiskontexte einordnen. Wir hoffen, dass Sie in dieser Lektion Neues und Erhellendes über diese Zusammenhänge erlernen werden.